Am 21. November ist der erste Digitaltag der Schweiz. Das ist ein ganz wichtiges Projekt von der Standortinitiative Digital Switzerland. Und diese Standortinitiative, die unterstützen wir als Ringier seit der ersten Stunde. Wir haben uns in den letzten zehn Jahren konsequent von einem klassischen Verlag hin zu einem digitalen Medienunternehmen transformiert. Nun tagtäglich sind sie mit unseren Marken in Kontakt, beispielsweise mit blick.ch, in der Westschweiz mit le temps.ch, mit handelszeitung.ch oder wo auch immer, auch auf beispielsweise den Marktplätzen, die zu Ringier gehören, beispielsweise jobs.ch, scout24.ch oder wenn Sie sich ein Ticket besorgen wollen, auf ticketcorner.ch. Nun, am 21. November können Sie sich unterhalten und informieren, ganz nah Digitalisierung spüren. Wenn Sie sich informieren wollen, gehen Sie doch bitte auf www.digitaltag.swiss. Dort erfahren Sie alles. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Spass mit diesem spannenden Thema.